Tickets sollen verkauft worden sein, zumindest erwartet man so viele Zuschauer, auch ebenfalls drei Wechsel vorgenommen, Raheem Lawal wird den Vortritt erhaltet gegen Jürgen Mehmet Gwyn, Joseon Delaar spielt auf dem rechten Flügel, ist damit zurück und vorne stimmt nicht, aber mit großen Augen, 19 Europa League Spiele, ungeschlagen, er hat früher auch Traps und Sport trainiert, kein Offside, doch Offside, im letzten ganz stark unterwegs, was die Statistik angeht, Nicht klar, von Arzt zu Arzt ging es, mittlerweile soll er schmerzfrei sein, Marco Schöter wollte zum zweiten Mal übrigens, gegen diese Saison in der Strecke. Der Röger-Röger-Fußballszene seit 2008 zur Vorlage avanciert, aber nie, aber doch schnell raus, dass es ihm den Anschein macht. Der Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Röger-Rö nicht gelungen aber die zürcher versuchen nachhande gekommen weil ich auch keine gelegenheiten geboten haben das schnelle umschaltspiel nicht zu sehen wie es ja beim tüten der freistoß sonne wo ist die lücke reizt wieder durch die beine ist auch von kipzowjevic regatta ganz cool läuft den franzosen ab wir sind gespielt im letzten grund den fcz mit einer ganz starken leistung geführt weil man jetzt allerdings sieht viele transfers die die mannschaft getätigt hat was eine kauftrappe bei diesem klub vorhanden scheint cedric brunner mal in stürz nicht mit dabei der fcz hat immer an ihm festgehalten auch das ein tolles zeichen das so gedacht dann was clever mal 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 Ich habe ihn jetzt schon gesucht. Regatin. La Wall. Grashobe klopft. Regatin. Dann Schönwächler. Gut gemacht von Schönwächler. Überragend. Handspiel, aber das Spiel läuft weiter. Aber keine Absichten ist dabei. Achtung. Es wird zwei Stoß geben. Zumindest dachte, dass jeder aus dem Platz... Selten, dass Aksar mit zwei Stürmern spielt. Mal schauen, was er sich da ausgedacht hat. Die Türken kommen mit dem Franzosen Regatin. Es kann Winter gehen. Winter. Vier gegen vier. Vorsicht. Umar. Bei mir auf keinen Fall. Ui. Schwierigkeiten finden sie auch. aus der Türkei. Aus der Türkei. Aus der Türkei. Mit zwei zu eins. Receboren. Schitzen. Tschau.